Es war einmal ein sonniger Tag in Bremen. Eine junge Frau trifft einen jungen Mann aus New York. Ein anderer Mann ist dort das Gespräch, aber die merken das gar nicht. Die unterhalten sich miteinander und wollen essen gehen. Sie konnten sich nicht entscheiden, sie mussten gerne das Museum sehen. Hast du gerade gesehen? Ein Mann mit Luftballons. Was will das in Englisch? Keine Ahnung. Warst du schon mal in New York? Noch nicht. Ich finde, New York ist eine schöne Stadt. Warst du schon mal da? Ich komme aus New York. Ach so, ich fahre in den Sommerferien dahin. Willst du mich besuchen? Ich zeige dir die Stadt. Ja, sehr gerne. Das hat michat. Wirklich profound. Untertitelung des ZDF, 2020